doch nur ist es nicht so zu sagen wir von den Punkt kommen was ist wieder dann geben wird es noch ein Kind kommt es euch gibt doch kein Spiel macht mehr Eigent das trefft man sich kennen scheiß Lach engine, ja ist wirklich zum Lachen, ja, ja. Toll. Wenn ich mal da zieht was. Stop. Normal. Wow. Nee. Wow. Nee. Jennifer. Okay. Ach, schade. Wenn ich dann nicht, wow, oder? Wow. Nee. Cesar. Und. Malvisa. Ja, wir haben immer wohl spielte Karte und die Schöpfung hatten, wenn wir noch so bei uns. Ja, wir haben noch das für die Karte, wenn wir noch so bei uns. Ja, ich ne Warte. Ja. 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 Ja, ja. ...ehhhhh... 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 Hey, wie kommt der da weiter? Ich bin da zu Käschen. Ist die doch gerade allein? ...ehhhhh... 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 ...Fertig, Ruhe! So, Herbs. ...Auf der Überblick in den Fertigünen um die Hohen. Was ich durchfuhren? Aooooohah! Interessant! ...ja, ja, aha, 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 okay? stolp. liebte schlusskuhl selbst abgeraden Das war's nicht. Das war's nicht. Mhm. Oh Gott. Und die Blaster. Das ist das. Okay. Das war's nicht. Verkaufen. Ich mach mal wieder so ein bisschen. Da tut mir das auch voll viel zu viel. Die Geldhäuser gab es so viel. Und das war's nicht. Okay. Oh, okay. Okay, jetzt geht's mir. Okay. Der war's nicht hier. Oh. Ach, ich würde das nicht mehr. Wie ist es, oder? Ach du sagst. Ich bin ja auch guter geworden. What the? Hey! ich kann auch Feuerwehr werfen. Interessant. Ja, ja. Das macht das sehr bestimmt einfach nicht. Cool. Ja, ja. So, mal sehen. Aha, ich hab jetzt Geld, mit dem ich immer noch nichts einfangen kann. Wie scheiße ist das? Kann ich ja noch so'n Teil durchversagen. Soll krieg ich nicht, okay? 1.000 Freezing Blaster. Wisst ihr, was das noch ist? Was? Mach mal. Ja. Was ist das? Der steht hier in der Schaden. Ist es nicht Diener. Das ist wohl wie schade. Acht. Ist es nicht Diener, das ist nicht Diener. Ich... ähm... Den Kameram... gut. Weil eben hab ich auch weh... ähm... Hab ich ja diesen Haptic überall... Ah, ich mach keine Ahnung... Was bringt's mir eigentlich, Gegner zu essen? Ich hab irgendeine Tutorial nicht aufgepasst. Ey, wer... boah... Ist ja wohl totaler, Alter. Alter, Alter, Alter. Alter, Alter. Oh mein Gott, what the fuck. Okay. Mir ist grad mal aufgefallen, man sieht ja auch... äh... Oh... äh... Status... Na, wie für live... ... wenn's... ... Teil noch hat. Seht man ja. Ich hab grad mal aufgefahren. Äh, wo kann man das eigentlich? Da mal... Moment, wie viel kostet das? 600 Uhr? Und das kostet 1000? Na, da muss das ja... Na, da muss das ja... Muss das ja gut sein. Mal sehen. Ähm... Ja... Machen das hin. Ich würd sagen... Hier auch nicht hin. Ich glaub, der andere andere sollte ich auch mal sagen. So... Merke ich auch nicht mehr. Gut. Da wird vor. Wie man geht zuerst noch? Ne, da wird's. Was? Erstmal lehren den, was links ist. Mal was rechts. Ah. Er zieht sogar auf die Gegner. Das wundert mich jetzt doch. Naja. Das wundert mich jetzt so stark. Wow. Yay. Man kriegt mal eigentlich Geld. Wird nicht mehr interessieren. Ey. Yay. Wow, what the fuck. Hat unser Viech hier eigentlich auch... Ähm... Ey. Ganz dreck... ...vergessen. Hat unser Viech eigentlich auch live? Irgendwo? Irgendwie? Oder greifen die Gegner? Das will ich gar nicht jahren. Das wird mich jetzt mal interessieren. Auf jeden Fall kann es sehr hoch springen. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wow. Wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte's essen. Wie das hier? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Sag, denk nur noch. Was soll ja das denn? Na ja.